Sehr geehrter Herr Dr. Stresemann, mein Name ist Marta Knies und ich schreibe Ihnen im Auftrag der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, der IFFF. Als ehemaligem Reichskanzler und nun amtierendem Außenminister sind Sie in unseren Augen der richtige Ansprechpartner für unsere Forderungen. Wir fordern das völlige Verbot aller privaten militärischen Wehren, möchten Sie sich nennen, wie Sie wollen. Ebenso die Aufhebung der vielen Waffen- und Munitionslager, die steten Anreiz für deren Gebrauch und dadurch dauernde Gefahr für das gesamte Volk bilden. Wir fordern das Verbot von Waffentragen ausnahmslos für alle und für die Polizei die Beschränkung auf Gummiknüppel. Nur die Entwaffnung und Auflösung ausnahmslos aller bestehenden Militärbanden kann das deutsche Volk vor dem Bürgerkrieg retten. Deshalb fordern wir dieselbe unverzüglich und weisen gleichzeitig darauf hin, dass dementsprechend dieser Forderung nicht nur Entspannung und Beruhigung im Inneren folgen würden, sondern dass dadurch auch der größte Gewinn für die auswärtige Politik zu erzielen ist. Mit einem von der Gefahr des Bürgerkrieges ständig bedrohten Deutschland knüpft man keine Verhandlungen an, sucht man keine Beziehungen. Um aber die wirtschaftliche und politische Katastrophe, in der wir uns befinden, zu überwinden, bedarf es der ausländischen Verbindungen. Hochachtungsvoll, Martha Knies